Musik Ah, hab schon die neuen Shunk-Mädel gesehen? Nein, lohnt es sich denn? Und wie, alles dralle Weibes Mühe ausgeben. Du Lumpenproletarier! Ja? Graf-Court-Dusard? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus. Aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister. Ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen. Sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Reden wir erst über meine Belohnung. Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Wie dreist. Dafür könnte ich drei Hexer anheuern. Scherz beiseite. Wie viel willst du? Hm. Nein. Ich fürchte, das ist zu viel. Aber wir nähern uns vernünftigen Preisen. Gut. Abgemacht. Na schön. Ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Schon wieder du riefischer Raumtreiber? Schon wieder du riefischer Raumtreiber? Hier ist die Schlüssel. Muchas�udo. Dann registrierteisten und nicht. Das ist eine Ladez fotos. Ich hoffe zu pearlelujah. Hier cuisine respects einen. Die Scheine und Crew stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist also das Spukhaus. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile. Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile. Hier war lange keiner mehr. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Sieht wie ein Tagebuch aus. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein. Und irgendwie den Durchgang öffnen. Und irgendwie ... Erdgenius. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt, ein paar Tage länger und er hätte überall eine Verwüstung angerichtet. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Das war's für heute. 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 Ja? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.